so die beiden bäume müssten noch weichen so du hast du kriegst die jungen der dann farmer wird der weizen wird jetzt zum glück mehr aber wir brauchen den zweiten farmer dringend ein farmer kommt da nicht leider nicht ganz hinterher wir richtig im großen stil arbeiten wollen würden können wir drei farmer und zwei bäckereien betreiben ja der nahrungsüberschuss ist gerade ziemlich heftig noch brauchen wir gut schuhe merke ich das ist leider etwas doof dass ich mir obdachlose anzeigen das kann ja der fischer ich bin nachher so verrückt und machen so ein fischer zum bier brauer obwohl unser fischer so viel wie dann noch ist ach ja drei familienhaus haben unsere bauarbeiter noch wieder was zu tun das erste geschirr wird gemacht so die kann ich abreißen da passt aber kein zweifamilienhaus sind das brauche ich auch nicht bräuchte den speermacher passt da auch nicht hin der bürbelwerk statt die würde dahin passen sehr gut das heißt eigentlich ich habe keine ahnung was ich nachher mit unserem fischer irgendwann anstellen sollte weil der wird eine ganze weile noch brauchen bis er hier leer gefischt hat und hey geschirr wird jetzt auch schon benutzt wird das holz jetzt hier mit verbraucht oder geht's futsch mal gucken ach nee halt du brauchst da hinten noch ok das heißt ich kann schon mal euch zwei einquartieren dich ein mädchen kriegen lassen weil du wirst jetzt garantiert sehr viel nahrung hier einbringen oder wie schön der bäckerlager den seil im hauptlager ein und das holz wird hier weggenommen ach das macht wahrscheinlich unsere holzfelder sogar hier wachsen überall recht viel pilze solltet ihr vielleicht noch ein dreifamilienhaus errichten dann und den holzfäller den die zwei holzfäller und den druinen reinpacken wäre auch eine möglichkeit nebenarbeiter steht schon seiner weile leer ist nicht schlimm die zwei holzfäller die fünf sieh so ein mädchen für das dreifamilienhaus egal steht schon seit einer weile der das ist klar du machst noch die vier schuhe oder fünf je nachdem was rauskommt naja die werden nach weit tragen müssen wenn sie holz brauchen also mein gold schmelzer und der eisenschmelzer so drei familienhaus ist fertig so 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 dann planen wir schon mal brauerei und das zweifamilienhaus für die brauerei so 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 mach noch zwei geschirrt du kannst jetzt wieder jagen gehen und das so 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 Das war's für mich. Werkstatt wird jetzt schon gebaut, das hätte ich mir überlegt, es alles hier runter zu verlegen, die Holzproduktion. Okay, du hast die gewünschte Warenmenge hergestellt. Das heißt, du bist wieder Steinmetz. So, du bist erwachsen und gehst in die Schule. Finde ich auch toll, wir schicken Erwachsene in die Schule, nicht Kinder. Ja, ich denke, irgendwie kriegen wir das hier oben mit dem... Dann machen wir hier oben wahrscheinlich nur ein Zweifamilienhaus und hier unten machen wir noch einen Holzfäller hin. Der dann auch für die Speere zuständig ist. Armer. Also kommt hier oben dann der Druide noch mit rein. Pilzsammlerzelt. Die könnten wir bauen, die Pilzsammlerhütte, aber ein Zweifamilienhaus können wir hier mal richtig hinsetzen. Okay. Einmal ernsthaft, Pilzsammlerhütte. Ja, da würde so direkt im Wald am ehesten passen. Du hast Farmer gelernt. Und du kannst trainiert werden. Na gut, hier unten gibt's auch ein paar Pilze, aber nicht so extrem viele, wie mir lieb wäre. Die wären eher hier drüber. Also könnte ich die Pilzsammler hier hin bauen. Ah, was mache ich da mit dir hier oben? Der einzelne Holzfäller lebt ja dann in einem Zelt. Wahrscheinlich. Kriegt er eine eigene Frau. Kriegt er eine Frau und ein eigenes Wohnzelt. Ja, das könnte ich hier locker hinpacken, irgendwo. Oh. 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 Untertitelung des ZDF, 2020